Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Heute möchten wir euch erneut vier interessante Produkte kurz vorstellen. Diese Produkte kommen aus dem Hause Oki und wurden uns von Oki freundlich zur Verfügung gestellt. Wir zeigen euch einen praktischen Bluetooth-Audioempfänger, eine Autokamera, einen Bluetooth-Lautsprecher und eine 10.000 mAh Powerbank. Kommen wir zum Bluetooth-Audioempfänger. Dieser ist ein preiswerter, drahtloser Stereo-Audioempfänger, der euch hilft, euer Auto-Audiosystem mit dem Handy zu verbinden, obwohl euer Radio kein Bluetooth hat. Durch einen Klick auf die Multifunktionstaste könnt ihr einen Anruf entgegennehmen. Durch längeres Drücken lehnt ihr den Anruf ab. Der verbaute Akku besitzt eine Betriebszeit von ca. 5-6 Stunden und die Bluetooth-Reichweite beträgt bis zu 10 Meter. Mit einer Größe von 50 x 25,5 x 10 cm ist dieser Bluetooth-Empfänger zudem klein und handlich. Zum Lieferumfang gehört neben dem Empfänger selbst ein Micro-USB-Kabel, ein 3,5 mm Audio-Kabel, ein 3,5 mm Audio-Stecker, eine Bedienungsanleitung sowie eine Garantiekarte. Diesen Bluetooth-Audioempfänger gibt es zurzeit für unter 16 Euro bei Amazon zu kaufen. Die O-Key Auto-Kamera besitzt einen Exmor-Sensor aus dem Hause Sony und zeichnet in 1080p auf. Selbst bei wenig Licht bekommt ihr hier brauchbare Aufnahmen. Der Einbau gestaltet sich als einfach und sicher. Dank des mitgelieferten Saugnapfes oder dem doppelseitigen 3M-Klebestreifen kann man die Auto-Kamera an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett mit nur wenigen Handgriffen befestigen. Micro-SD-Karten werden mit einer Kapazität bis 128 GB unterstützt. Im Lieferumfang befindet sich alles, was ihr zum Betrieb der Kamera benötigt. Lediglich eine Micro-SD-Karte muss separat erworben werden. Diese Auto-Kamera gibt es zurzeit bei Amazon für unter 70 Euro zu kaufen. Der O-Key Bluetooth-Lautsprecher ist in den Farben Schwarz und Grün verfügbar und bietet einen brauchbaren Klang zu einem günstigen Preis. Das Klangbild ist ausgewogen, kräftig, die Bässe dominieren nicht zu stark. Durch den 2600 mAh-Akku bietet euch dieser Lautsprecher eine Betriebszeit von bis zu 4 Stunden. Durch die IP64-Schutzklasse ist dieser Lautsprecher zudem gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Der O-Key-Lautsprecher misst 170 x 72 x 56 mm bei einem Gewicht von 310 Gramm. Auf der Unterseite befindet sich eine Aufnahme für ein Standard-Stativgewinde. Somit kann der Lautsprecher auf allen Arten von Dreibeinen, Stativen, Halterung oder auch verschiedenem GoPro-Zubehör sicher befestigt werden. Zum Lieferumfang gehört neben dem Lautsprecher selbst ein 3,5 mm Klinkenkabel, ein Micro-USB-Kabel, eine Halteschlaufe, ein Pin zur Betätigung des Reset-Knopfes und eine Bedienungsanleitung. Diesen Bluetooth-Lautsprecher gibt es zurzeit für rund 25 Euro zu kaufen. Kommen wir nun zum letzten Produkt, der Powerbank aus dem Hause Oki. Diese Powerbank bietet euch eine Kapazität von 10.000 mAh und die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig zu laden. Mit einer vollen Ladung könnt ihr euer iPhone 7 Plus bis zu dreimal laden. Diese Powerbank hat eine Größe von 116 x 73 x 16 mm und ein Gewicht von ca. 189 Gramm. Im Lieferumfang dieser Powerbank befinden sich unter anderem ein Micro-USB-Ladekabel, eine Bedienungsanleitung und die Garantiekarte. Zu kaufen gibt es diese Powerbank zurzeit für einen Preis von unter 19 Euro. An dieser Stelle möchten wir uns erneut bei Oki für die freundliche Unterstellung bedanken. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Den Link zur Firm-Homepage und weitere Informationen zum Produkt findet ihr wie bei unten in der Infobox. Falls ihr sparen möchtet, findet ihr zusätzlich ein paar Rabattcodes in der Box. Bis zum nächsten Mal. Euer Egleis Team. Euer Egleis Team. Untertitelung des ZDF, 2020